Das war das erste Mal, dass ich mit Premiere gearbeitet habe, also seid nett. Ach du Scheiße. Ich hatte ein Placement für Adobe heute. Ruf Lena an. Meinst du Lena Niesen? Ja, die meine ich, ja. Ich rufe Lena Niesen mobil an. Der Kostmüter. Scheiße, dicker, ihr Handy ist aus. Oh mein Gott, dicker. Today I fucked up. Ich rufe, ich rufe. Ich rufe. Ich rufe.